So, jetzt müssen wir... Ach ja! Hier kommt ja wieder... Unser Boss ist gerade sehr beschäftigt! Du solltest ihn besser nicht stören! Oh mein Gott! Wer hätte die hier nur erwartet? Wenn ihr euch habt, hätte ich vergessen, dass die hier noch mal kommen! Und bis Attacke! Räum's! Hm... aber er wäre echt dadurch aus! Er wäre echt oft dadurch aus! Mist! Schade, das wär schön geworden! Okay aber... Ich hasse dich! Räums, komm... Ja komm, komm, komm! Noch ein Schlammbad! Ist doch klar! Ühe und Folienschlag Brems Brems Warum nur zweimal? Smog Toll Danke Fliegen Und hoch Fliegen Wunderschön Und Aber Möchtest du das Pokémon wechseln? Ja, ich möchte wechseln Biserknoss Auf dem nächsten Level passiert mit Biserknoss was ganz tolles Es entwickelt sich weiter Wuhu, Rasierblatt Ah, ja Wuhu Du 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 Is Du Ich hasse alle Attacken die paralysieren oder verwirren. Sie sind nervig. Was anderes sind die nicht. Hey, es ist fast besiegt. Und ich wollte gar kein Rasen machen. Ich wollte was anderes machen. Egal, es trifft und es ist hinüber. Wundräum's. Wunderbar. Jetzt habe ich ein paralysiertes und ein vergiftetes Pokémon. Amor, sie hat sich immer noch nicht weiterentwickelt. Du Noob. Kreideschrei. Eeeh. Eeeh. Und. Auf Geiz. Brems. Wau. Wau. Wau ist jetzt mal so episch schwach. Wie immer. Ja, und wie er ganz wenig gekriegt war. Team Rockert so schnell wie das Licht. Mal wieder. Äh, ja. Ähm, auch Wecker. Green, Sonderbonbons, Türöffner. Ich hab hier natürlich jetzt niemanden... Ach, hier kann ich mich ausruhen noch. Äh. Scheiße, wo war der Ort, wo man sich ausruhen konnte? Den musste man auch mit dem Tür öffnen. Epischer Teleport. Wo war das denn? Man konnte sich hier irgendwo drin ausruhen. Hm. Aber wo war das? Jetzt auch nicht. Jetzt bin ich hier oben. Jetzt bin ich bei der Druse wieder. Wo war das denn? Irgendwo konnte man sich wenig zu... Hm. Hier war das nicht. Hm. Die Musik ist schon recht styler, wenn die so übelst schnell abläuft. Hey, du kannst keine weiteren Items tragen. Was für eine Überraschung. Und der greift mich nicht an. Aber der wird mich angreifen. Ähm. Okay, dann kann man sich nicht ausruhen. Und den mit dem Fahrstuhl. Guck, lass mich raus. So. Okay, ähm. So, komm. Da, 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 da. So. Okay, dann kommen wir zum nächsten Mal. Komm, jetzt hab ich wieder vor. Hello. Blablablu. Okay, in welchen Teleporter muss ich jetzt nochmal? Damit hier hatte ich gesprochen. Da hab ich mich durch vorbeigeschlichen gehabt. So. Ah, gegen den hab ich noch nicht. Supi. Verdammter Mist. Bis. Rums. Ja, bis. 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 Ja, jetzt sind wir 32. Ja, ich möchte wechseln. Dieser Knosp. Masierblatt. Toll, zur Schneider. zur Schneider. zur Schneider. Komm. Du Arsch. Ey. Willst du mich eigentlich natzen? Das ist doch von der Verarsch. Ich verschwende jetzt bestimmt keinen Beleber. Nur wegen so einem Scheiß. Da bin ich viel zu schnell im Pokémon Center. Ja, komm. Ja, komm. Ja, komm. Komm, jetzt hätte ich wieder vorbei. Blah. Ich könnte jetzt der Ritsch... Wisst ihr was? Ich mach kurz Pause mit dem Gebäude hier. Ich geh kurz mal Simsalander rum trainieren. Das war hier. Das bockt. Obwohl, ich kann auch mal im Kotz. Dieser Knost. Äh, komm. Machen wir kurz mal das Dojo. Mach hallo, dieser Knost. Äh. Mal gucken, wie viel macht Rasierblatt. Ja. Ja. Ah, ich möchte nicht wechseln. Rasierblatt. Jagen wir mal kurz hier durch. Wunderbar, das wollte ich. Ich möchte das Problem wechseln. Ja, ähm. Gebäude können wir hier auch gut hoch trainieren noch. Schnabel. Wahrscheinlich nicht Schnabel. Und das war's. Hey, hey. Dieser Kost entwickelt sich. Zoom. Und wir haben einen Bissafloch. Wunderbar. Nein, das war falsch. Ich hatte schon wirklich nachtrainieren müssen. Lalalala. Und. Ähm. Ich weiß gar nicht. Ja, das bringt dir viel. Ja, komm. Maschok. Schnabel. Wow, er hat meine Verteidigung gesenkt. Und er ist tot. 5.31. Wann denn? Ibi, Tag. Oh, Schnabel. Ah, ah, da, 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 da. Okay, bei dir könnte ich da noch nach Fliegen einsetzen. Was? Fliegen. Das war dumm. So hat dem das Energiefokus nichts gebracht. Wunderbar, und dann haben wir ihn auch besiegt. Weiter. Du, 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 du. Minky. Fliegen, räumst du dumm. Na, komm. Ja, da, dass ich vorsprungen kann, ist das Fliegen nicht ganz so nervig wie normal. 5.32. Wahoo. Äh. Da, komm, sonst muss man auch mal seinen Spaß haben. Zwischstrahl. Räumst. Okay. Na, lass mal Ibi, Tag. Na, blablabla. Ich bin gerade mal da. Also, okay. Kickli. Ja. Kickli. Cool aus in der Edition. Fliegen. Oh. Na, kickli schwer. Meditation ein. Komm, hinten hier. Brems. Mit mir, hinten zu. Okay, schnabel. Das war schwer. Äh, such dir eins aus. Ja. Äh, ich möchte Nokchan haben. Nokchan. Mein Nokchan. Warte mal, blablabla. Äh, wie die Saat, so die Ernte, ja, blablabla. So, haben wir kurz mit der Arena zwischendurch eingeschoben. Und wir haben ein bisschen Flora, was praktisch wird, weil, äh, Giovanni hat öfters mal Erd-Pokémon. Yay, komm, jetzt sind wieder vorbei. So. Okay, wo ist dieser verdammte Teleporter? Und wen sitze ich jetzt eigentlich mal nach vorne? Ah, ich kann eigentlich hier an dem Ort erstmal Pikachu wieder nach vorne setzen. Ähm. Oh, um, Moment. Ich muss ja die eine Truhe sagen, können wir hier, hier durch. Ähm, hier durch. Ähm. Hier unten durch. Und dann hier oben durch. Genau. Kann man hier so ein bisschen umgehen. So. Ähm. Moment, ich hab keinen Platz im Inventar. Oder konnte ich, weiß nicht, äh. Na, werden wir gleich sehen. Bingo, das ist ja klar, das Schlossentriegel. Ähm, ja, los geht. Ah, so hören Sie sich wieder. Ich will noch was von einem Versenden. Blablabla. Alles unwichtiges gelaber. Nur den Kampf. Er steht neben uns, er hat sich nicht zu uns gedreht. Cool. Und Giovanni möchte kämpfen. Giovanni setzt Nidorino ein. Und Donnerblitz. Yay. Nidorino ist zum Glück noch kein Boden-Pokémon. Er ist Nido King. Mega-Block. Schön. Oh, noch einmal. Und... Ja. Das war's mit Nidorino. Yay, Level 31. Snowbillycat. Ähm. Noch jemanden? Nein, nein, das weiß man Pikachu. Ich hoffe, es stirbt nicht. Noch ein Mega-Block. Und es ist schnell. Das ist nicht gut. Zahltag. Macht. Hälfte Schla... Hälfte des Sch... Hälfte des Schaden. Macht mich Hälfte Schaden. Ähm. Ne, ich tausche lieber. Ich möchte nicht, dass Pikachu abnippelt. Du Texor. Der kann von mir aus... ... im Moment noch sterben. Im Moment kann das sogar sehr gut passieren. Ähm. Stärke. Noch mal Zahltag. Cool. Ja, deswegen... ... weil mir so was steht. Stärke. Und das war's. Yay. Rehan, möchtest du das Programm wechseln? Nein. Möchtest du überhaupt nicht? Äh, Schillok erstmal. Da, da, da. Da, auf den Schillok. Ne, die übernächste Arena ist eine Arena für Schillok. Wie Pyro Arena im wahrsten Sinne des Wortes. Yay. Rehan wurde besiegt. Episch. Nidoqueen. Nein, ich möchte nicht wechseln. Nidoqueen ist nämlich jetzt ein Bodentyp. Doppelkick. Hm. Episch. Was ist zum Teufel? Surfer. Da, da, da. Da, da, da. Yay. Epischste Attacke ever. Das war aber auch, glaube ich, deine letzte Attacke. Blödes Vieh. Äh, der ist schwächer als Koga. Was ist zum Teufel? Aber ich glaube, man soll das hier vor Koga machen. Und dann zu Koga gehen, um später wieder zu Dingen zu gehen? Ne, das ergibt keinen Sinn. Und, ähm. Yay. Nidoqueen wurde besiegt. Schillok erhält Erfahrungspunkte. Schillok erreich, Level 33. Yay. Giovanni wurde besiegt. Ah, wieder verloren. Blark. Madame Dummes, du hast unsere Übernahme der Sifx of Vital. Der wird niemals aufgeben. Ich weiß nicht, dass alle Pokémon nur zum Nutzen des Team Rocket da sind. Ich muss gehen, aber meine Zeit wird kommen. Episch kann ich hier. Ja, ich konnte hier. Gut. Ich möchte nicht auf Bill's PC zugreifen. Dem PC möchte ich zugreifen. Und dann möchte ich wieder Klamotten ablegen. Ablegen. Die ganzen verdammten Terms. Ich möchte die Pokkwille nicht ablegen. Na, da, 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 da. Ne, ist auch richtig. Nein, ich würde weiter ablegen. Das ist so dumm. Ne, den kann ich auch ablegen. Weil ich werde mir hier nicht alle Items drin holen. Das ist total dumm und sinnlos. Ah, da finde ich die neuen Edition schön. Da hat man endlich große Tasche. Da hat man Platz. Und der gibt es jetzt. Ja, da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. Ich gebe dir den Meister Ball. Höhe, ich gebe dir mal kurz den Ball, der alle Pokémon fangen kann. Ja, und weg.